Und hier die Startaufstellung der Brasilianer. Wie es aussieht, spielen sie in einem 4-2-3-1 mit einigen Größen, großen, bekannten Stars. Andy Valdez zum Beispiel, Julio Junior am Tor. Was machst du denn jetzt eigentlich bei Julio? Ich weiß es nicht, Silvia, ich und ich habe ein bisschen Angst. Ich war schon mal auf so einem Seminar und da haben wir in Pfützen reingesungen und geguckt, was zurückkommt. Da ist was gekommen. Nein, ich bin gegangen. Können wir nämlich unser Wiedersehen feiern und vielleicht einen Weltmeistertitel? Du glaubst doch nicht wirklich, dass ich Weltmeister werde. Total verrückt. Du, hier ist eine Lücke. Ist das okay oder stört das den Rhythmus? Du kannst auch zwei Setzlinge nehmen, um den Geist pendeln zu lassen. Wenn ich dich jetzt vor die Wahl stellen würde, Sex mit mir oder zweiter Halbzeit, was würdest du sagen? Das ist echt schwer. Wie ist es? Wie ist es? Fick ist es. Ich habe nicht geklingelt. Echt, ich habe jede Menge Bier am Tisch. Hallo. Hallo. Alle, geh mal rein. Kommt hier rein. Was wollen Sie denn schon wieder hier? Wahrscheinlich, wahrscheinlich... Stopp! Stopp jetzt! Ich will das Spiel zu Ende sehen. Das ist ja... ... ... Untertitelung. BR 2018